So, Sinko-Control läuft. Der erste Bagger auf dem Grundstück. Der ist nicht für draußen gemacht, also, aber naja, was tut man nicht alles für ein YouTube-Video. Ja, Helmpflicht auf der Baustelle ist eh klar. So, das ist unser Grundstück. Der erste Bagger auf dem Grundstück ist schon mal angefangen. So muss es sein. Anna probiert ein bisschen rum. Au! Oh, 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 oh. Da geht doch nicht kaputt, denke ich. Naja, es knirscht ein bisschen im Getriebe. So, und wir graben jetzt alleine weiter um. Einmal abschalten, bitte. Wie denn? Auch wieder auf den roten Ding drücken? Los geht's jetzt. Der zweite Mal, wenn die anderen dranken. Oh, 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 oh. Das war's. Das war's. Das war's.